hallo youtube hallo messer freunde heute zeige ich euch wieder ein messer aus der produktion der firma wiener und diesmal ist es das modell 615 ja dieses modell wurde designt von simon kraft wir haben auch hier titan griff schalen analysiert wir haben die analysierten schrauben wobei es sich bei diesem modell auf zwei und auf dieser seite drei schrauben neben der achsschraube beschränkt auch hier ist ein stahl inlay verbaut ja nur diesmal von innen verschraubt nicht von außen die griff schalen sind innen drinnen wieder ausgefräst und wir haben wieder einen schönen titan 3d clip die klinge es aus s 39 vm und hat ein sehr großes einen sehr großen klingendurchbruch hier und ist auch hier ausreichend groß dass man mit finger reingehen kann und kann es halt sehr kurz für feinere arbeiten greifen ja die action ist wieder auch bei diesem modell läuft die klinge auf keramik kugel ladern gestört ein bisschen dieser doch recht groß zügig gestaltete schriftzug darauf ok sind sein muss aber ich bräuchte es nicht das shipping läuft vom griff rücken auf die klinge und ist sehr gut angepasst also die dienst läuft sehr schön einfach fort ist schön griffig haben guten halt backspacer auch hier aus titan gefertigt mit einer ja mit einem lanyard hole für ein dickes paracord wird es hier auch schwierig aber könnte noch möglich sein wir haben ein frame lock der hierbei also recht früh steht also der greift gerade so millimeterchen auf die klinge insgesamt vom design her sehr schönes messer wir haben eine satiniert eine satinierte klinge teilweise hier wieder geschliffen ein sehr schönes design also sehr schönes messer auch die form passt hier eins zu eins schöner übergang sauber wunderschönes messer mit einem super klingengang hätten wir noch ein paar daten zu dem messer die klingendicke 3,9 millimeter klingenlänge ungefähr 9,5 zentimeter und die gesamtlänge liegt bei 21,3 zentimeter vielen dank an heng dass er mir auch dieses messer zur verfügung gestellt hat vielen dank fürs zuschauen an euch ich wünsche euch einen schönen tag macht's gut ich bin raus ich wünsche euch einen schönen tag ich wünsche euch einen schönen tag